In diesem Video geht es um Präsentationsprogramme. Ich erkläre dir, was das bedeutet, wofür es verwendet wird und wie es funktioniert. Außerdem erhältst du weitere nützliche Informationen. Präsentationsprogramme sind eine Art Software, die dazu dient, Informationen in Form von visuellen Abläufen oder Slides darzustellen. Sie werden häufig in Schule, Universität oder Beruf genutzt, um komplexe Informationen zu vermitteln oder Projekte vorzustellen. Beispiele für bekannte Präsentationsprogramme sind Microsoft PowerPoint, Apple Keynote und Google Slides. Im Allgemeinen ermöglichen diese Programme die Erstellung von Präsentationen, die aus mehreren Slides oder Folien bestehen. Jede Folie kann Text, Bilder, Diagramme, Videos und andere Medien enthalten. In den meisten Programmen kann man auch Animationen und Übergänge zwischen den Folien einfügen, um die Präsentation dynamischer und interessanter zu gestalten. Manche Programme erlauben sogar Interaktivität, wie beispielsweise Quizfragen oder Umfragen. Microsoft PowerPoint ist eines der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Präsentationsprogramme. Es ist Teil des Microsoft Office Pakets und ermöglicht die Erstellung von anspruchsvollen Präsentationen. Mit PowerPoint kann man sowohl einfache als auch komplexe Folien erstellen, Animationen und Übergänge hinzufügen und sogar eigene Vorlagen erstellen. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit, Notizen zu den Folien hinzuzufügen, die während der Präsentation nur für den Vortragenden sichtbar sind. Apple Keynote ist ein Präsentationsprogramm, das speziell für Apple-Geräte wie Macs und iPads entwickelt wurde. Es bietet ähnliche Funktionen wie PowerPoint, ist jedoch für die Nutzung auf Apple-Geräten optimiert. Keynote ist bekannt für sein elegantes Design und die hochwertigen Vorlagen, die es bietet. Es ermöglicht auch die Synchronisation von Präsentationen über iCloud, sodass man von jedem Gerät aus auf sie zugreifen kann. Google Slides ist ein webbasiertes Präsentationsprogramm, das Teil des Google Workspace, früher G Suite, ist. Es kann kostenlos genutzt werden und ermöglicht die gemeinsame Bearbeitung von Präsentationen in Echtzeit. Google Slides speichert alle Änderungen automatisch in der Cloud und ist auf jedem Gerät mit Internetzugang verfügbar. Es bietet eine gute Auswahl an Vorlagen und einfache Möglichkeiten zur Einbindung von Inhalten aus anderen Google-Diensten wie Google Fotos oder Google Drive. G Auftrag des Lieds GOTT更 gedeutet Untertitelung des ZDF, 2020